Willkommen zurück beim Terran-Konflikt. Heute möchte ich mich mal um Garnes Kreuzzug kümmern. Denn... Mein Besitz. Ich habe immer noch eine Orca. Moment mal. Achso, Aquilas Leuchtfeuer. Aldrin haben wir noch drei Schiffe. Gut. Docker an, Aldrin Waffenproduktionsbasis. Genau. So. Meine Orca hängt ja immer noch mit meiner Ionplasma-Schnellfeuergeschütz-Tralala rum. Die muss ich endlich aufbauen. Und das möchte ich machen in Garnes Kreuzzug. Wo sich gerade eine Cephy befindet. Da. Und meine Asteroiden scannt. Denn ich bin immer noch am überlegen, ob ich diese Erzmine nehme und daraus ein Komplex baue oder ob ich sie selber aufbaue. Und wenn ich mich so umgucke... Silizium 72%. Also die muss... Die muss ich mitnehmen. Er hat 25%. Er hat 26%. Schade. Jetzt kann ich nicht mehr sehen, wie viel Prozent die hier hat. Ich warte noch ein bisschen ab, bis der die restlichen hier durchgescannt hat. Und dann entscheide ich, ob ich hieraus einen Komplex baue oder ob ich einen zweiten aufbaue. Aber da ich ja sowieso hier die Siliziummine aufbauen möchte, würde ich behaupten, könnte sich ein dedizierter Komplex eignen. Weil ich muss ja dann beide mit Energiezellen versorgen. Das wird ein Spaß. Gut. Das Thema ist durch. Was machst du hier? Der ist voll. Da muss ich mal gucken, wo dem... Bundeskreuzzug. Muss ich mal gucken, wo dem sein Stationsfrachter ist. So. Und dann seid ihr dran. Ich brauche nur einen Sektorhändler. Ich habe nur noch zwei Stück. Das wäre dann Sektorhändler Nummer 16. Der ist Level 7. Okay. Info. Ach Quatsch. Info. Ich wollte gucken, wie weit du bist. Oh. Der ist ja schon auf dem Weg. Sehr gut. Dann würde ich sagen, hole ich mir jetzt gleich... ...meinen neuen Sektorhändler. Das mache ich in Aldrin. Nee, nicht in Aldrin. In Heimat der Tralala. Da Heimat der Legende. Skabart Handel. Ich hätte gerne... ...eine Mistrall. Da reicht ein kleiner. Danke. Und dieser Mistrall bekommt... ...25 Megaschuh-Schilde. 25 MJ-Schild. ...installiert. Ein Sprungantrieb. Sprungantrieb. Installiert. Ein Triplex-Scanner. Triplex-Scanner. Installiert. Versorgungssoftware. Installiert. Lande-Computer braucht er nicht, weil ich nicht damit fliege. So. Ach so. Ich will dich ja nicht verkaufen. Erweiterte Option. Warenaustausch mit Skabart. Du bekommst jetzt... ...Energiezellen. Da. 120 braucht er, glaube ich. ...Energiezellen transferiert. Gut. Und jetzt ist... ...Gabart? Nee, Mistrall. Kommando. Warte. Nein. Als erstes erweiterte Optionen. Name ändern. Das ist Nummer 16. Und jetzt... Kommando. Kommando Konsole. Navigation. Springe in Sektor. Trantor. Und hol dir... ...Energiezellen. 100 braucht er nur. Na gut. Kommando akzeptiert. Sag mir, wenn du da bist. Gut. So. Bundeskreuzzug läuft. Akilas Leuchtfeuer? Wer ist denn da? Verkaufe Waren. Ach, Universumshändler. So. Aldrin läuft. Händler Terraner Sektoren. Die beiden laufen. Erzgürtel. Universumshändler. Universumshändler 11 läuft. Eingehende Nachricht. Hallo, willkommen. Stationsfrachter Erzmine. Verkaufe Erz. Guter Mann. Bergwerk grausamer Vorstoß. Bundeskreuzzug. Erzzug. So. Du scannst. Ah, der ist schon Lehrling. Okay. Skabart. Stationsfrachter Trantor. Flammschleudermine. Du willst kaufen? Nee, willst du nicht. Der braucht Erz. Raumeschmeld verkaufen kann er nicht. Ich müsste hier Erz liefern. Lohmannstrax Vermächtnis. Aha, kein anderes Schiff da. Okay. Stationsfrachter Trantor. Achso, den hatten wir ja eben. Plünderhannes. Sammle Waren in den Sektor. Dann müsstest du doch schon längst fertig sein, Freundchen. Warum sagt er nie Bescheid, wenn er fertig ist? Gut. Das heißt. Kommando. Kommando Konsole. Springe und fliege zur Station. Komm doch mal bitte nach Hause. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Danke. So. Trantor. Trantor Schiffe. Oh, da wird ja mal voller hier wieder. Spring lassen, ist klar. Da ist Blinderhannes. Und da ist Mistral. Navigation. Docker an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Sehr gut. So. 10 und 1,5. Oh Gott, um den muss ich mich auch noch kümmern. Sektor hinter Tirana Station, ist klar. Tiger. Wartet immer noch auf seine Geschütze. Gut, dann werde ich hier mal einen Platz freimachen. Energiezellen. Auftanken vorher. Energiezellen. Transferiert. Genau. Und tschüss. So. Ich werde mich mal zur Heimat der Helden transferieren. Der Antrieb wird geladen. 10 Prozent, 20, 30, 40, 50 Prozent, 50 Prozent, 60, 70, 80, 90, initiiere Sprung. So, ich muss jetzt warten, bis meine C4 fertig ist. Erreiche System. Heimat der Legende. Und dann geht der große Spaß weiter. Ach, die Ohr, das hat er gar nicht für mich. Ich dachte, wäre noch was unterwegs gewesen. Na gut. Dann können wir uns ja hier gleich wieder verdrücken. So. Wo springen wir mal hin? Glücksplanet. Das sind wir lange nicht mehr gewesen. Und da gibt es auch kein Satelliten. Sprungantrieb wird geladen. 10 Prozent, 20, 30, 40, 50 Prozent, 60, 70. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Das sind beide Schiffe, die ein Tranto angelegt haben. Erreiche System. Glücksplaneten. So. Autopilot, Kommandokonsolen, Navigate. Autopilot, Kommandokonsolen, Navigate. Was? Erreiche System. Strand der Ewigkeit. Ja, und warum? Was kommt denn da alles auf mich zu? Paranidenit, Escorte? Nee, hab ich kein Bock. Ach, wahrscheinlich, weil ich gerade vom Gas gegangen bin. Oder hab ich auch so den Rückplatzgang reingelegt? Hahaha. Erreiche System. Glücksplaneten. So, jetzt bin ich aber vorwärts. Also. Springblossom, Autopilot, Kommandokonsolen, Navigation. Gehe zur Position. Mitte. Und. Stücke höher. Da. Autopilot aktiviert. Genau. Mistral. Du wirst auftanken. Du wirst auftanken. Und jetzt wirst du. Docker an. Ausrüstungs-Dock. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Viel Spaß. Plünderhannes. Warenaustausch mit Lagerhalle Trantor. Jetzt geht's nämlich los. Oh, warte mal. Die Kristalle kannst du ja so abgeben. Massonpuder. Normalerweise müsstest du den. Ach, die Lagerhalle ist voll. Stottgewürze. 1500. Wie wärs, wenn du den ganzen Quatsch mal verkaufst? Energiezellen. Ja. Lagerhalle Trantor. Nein. Du wirst mal deine Kristalle abliefern. Kristalle transferiert. So. Stottgewürze. Wo finde ich denn die? Stottgewürze. Jetzt habe ich die natürlich nicht auf meinem Kicker. Das klingt aber nach Split. Kristallfabrik. Split. Handelshafen. Da können wir mal nachgucken. Nö. Oder sind das die drei Augen? Ah, ich habe nicht alles im Kopf. Ah, hier ist Meierglied. Wer hat denn diesen Stottmist? Das müssen doch Split gewesen sein. Soja-Grütze, Stoffreime. Stottgewürze, da sind sie doch. Na bitte. Eingehende Nachricht. So, das heißt Plünder Hannes, Kommando, Kommandokonsolen, Navigation, Springe und Fliege zur Station. Gleich hier Ausrüstungs-Dock. Hannes Station. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Oh, das... Oh Leute, ich war gerade da gewesen. Also, ja. Mann, 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 Mann. So. Ich wollte jetzt hier... Fracht. Erweiterter Satellit. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. Danke. Siliziummine. M-Alpha. Sie sprechen mit dem Automatis... Was wünschen Sie? Sie kommen. Ich übermittele jetzt die angeforderten Informationen. 170.000. Patrouille. Über drei Sektoren. Das heißt, in jedem Sektor kriegt man einen Angriff. Da fliege ich doch lieber zur Otas. Da fliege ich lieber zur Otas zurück und lass mich von denen, äh, die zahlen wenigstens besser. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, initiere Sprung. Erreiche System. Heimat der Legende. Na dann. Erzählt mir mal was Schönes. Otas Hauptquartier. Otas Hauptquartier. Was? So. Ich frag die wenigstens nochmal, was sie heute haben. Wie ist euer Angebot? Guten Morgen. Euer Held ist da. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So. Haben Sie etwas zu sagen, Pilot? Ich bin so froh. Seien Sie nicht kindisch. Wollen Sie den Job oder nicht? Oh. Ernsthaft? Wollen wir mal was in der nächsten Folge machen. Bitte beachten Sie, dass der Konsum von Raumkraut an Bord dieser Station illegal ist. Wirklich? Also ich könnte jetzt wirklich eine Portion Raumkraut gebrauchen? Ach, Schleichmission für eine halbe Mille. Na gut, aber nicht mehr heute. Ich würde sagen, wir brechen hier ab. Haben wir noch irgendwas Wichtiges zu tun? Universumshändler, Orca wartet auf die C für. Grausamer Vorstoß, C für, dockt an. Der ist fertig. Ja, cool. Mal gucken, was haben wir denn? Das war die C für. Das ist Silizium, das Beste. Silizium, Erz, Erz, Ausbeute 32. Warte mal, Silizium ist hier? Und der 32er war wo? Da, ist zu weit weg. Ja, da würde ich sagen, da mache ich hier raus einen Komplex. Da hat noch ein 27er daneben. Gut, das heißt Orca. Ja, das machen wir nächstes Mal. Wir machen die Schleichmission und das hier. Ja, würde ich so sagen. Dann steht fest, das hier wird mein neuer Ionenplasma-Schnellfeuergeschützkomplex. Na gut, dann würde ich einfach von hier aus sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ihr C für ist angekommen. Weißt du was? Navigation. Springe und fliege zur Station. Du kommst mal nach Hause. Achtung, medizinisches Notfallpersonal. Bitte umgehen zu Andock-Rampe 2. Trantop-Rivart-Hangstelle. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ihr MIS-360 ist angekommen. Ach, den mache ich noch schnell. Handel. Jetzt geht's nämlich... Ha-ha-ha. So. Triebwerks-Tuning installiert. Ruder-Optimierung installiert. Laderaum-Erweiterung installiert. So, was brauchst du? Handelscomputer-Erweiterung. Handelscomputer-Erweiterung. Handelssoftware-Kampfsoftware-MK1 installiert. Navigationssoftware-MK1. Spezialsoftware-MK1 eingehende Nachricht. Klappe. Ja, ich bin am Arbeiten. So. Kommando-Kommando-Konsole-Navigation. Springe und fliege zur Station. Halt. Heimat des Lichts. Handel. Stottgewürze. Weg damit. Oh, ernsthaft? Stottgewürze. Verkauft. Na, super. Äh. Enzyklopädie. Was ist ein Stottgewürze? Fressalien, wa? Andere Waren. Nahrung. Stottgewürze. Eingehende Nachricht. Leute, langsam. Ich wollte... Die Kahuna pressen? Brauchen Stotz? Sturm der Weber. Teladi Profit. Tiefen der Stille. Tränen des Verlangens. Dreimal. Achtung. Technische Störung auf Ebene 7. Sektion 1. Leute, ich wollte Feierabend machen. Die Beseitigung des Problems ist dies... Navigation. Pass auf. Du springst in den Sektor Tränen des Verlangens. Einfach deshalb. Weil du dort drei... Äh, drei Chancen hast, das Zeug zu verkaufen. Kommando akzeptiert. So. Waffenkäufer Aldrin ist... Oh. Eingehende Nachricht. Nein. Handel. Du kaufst. Hier muss ich nämlich gucken. Ach, was fehlte mir noch? Ähm. Info. Erweiterte Option. Eingehende Nachricht. Leute, immer der Reihe nach. Also. Experimentelle Version. Hier will ich noch zwei EM Plasma Kanonen haben. Und das war's. Oder ich mache noch zwei Prototyp-MAM-Werfer dazu. Ja. Genau. Das heißt... Ich lasse mir die Wahlmöglichkeit offen. Das heißt, zwei Prototyp-MAM-Werfer... Prototyp-Materie-Antimaterie-Werfer. Und zwei EM Plasma Kanonen. Hast du ja gar nicht. Gibt's ja hier gar nicht. Eingehende Nachricht. Du bist jetzt dort. Undock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. C für... Okay. Energiezellen. Plünderhannes 3 ist fertig. So. Sonnenblumen-Raffinerie. Stotts für 77. 76. 77. Das heißt... Plünderhannes. Kommando. Kommando-Konsole. Warte mal. Handel. Ach so. Jetzt weiß ich nicht, wie viel. Ach. Alle. Äh. Ach man. Jetzt muss ich... Muss er wirklich nachgucken? Ach. Weißt du was? Vergiss. Navigation. Docker an. Da. Da. Ende der Geschichte. Mistral 16. Handel. Jetzt geht's mich los. Mark 3. Klick. Gut. Mehr brauchst du nicht. Du bist fertig. Du bist jetzt... Sektor-Händler 16. Das heißt... Kommando. Kommando-Konsolen. Navigation. Springe in Sektor. Aldrin. So. Wann wollte ich Feierabend machen? Vor drei Wochen? Kommando akzeptiert. So. Fertig. Alles klar. Dann sage ich jetzt... Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und see you later. Later. Tschüss.